So meine lieben Freunde, neuer Tag, neues Fußball, neues Hertha-Video. Worum geht es heute? Es geht heute nochmal um ein Babu, kleines Update. Lukas Ullrich wird wieder oder weiter mit Gladbach in Verbindung gebracht. Unser Talent, was er gestern durchaus überzeugen konnte. Es geht um Enes Benatira und dann habe ich, wenn es schon keine Transfergerüchte mehr bei Hertha gibt, über Neuzugänge. Habe ich mir mal wieder vier Spieler rausgesucht, konnte gestern Nacht nicht pennen, habe mir mal vier Spieler rausgesucht, die ich als interessant und halbwegs realistisch empfinde. Auch wenn wahrscheinlich am Ende keiner bei uns landen wird, mögt ihr die Kategorie genauso wie ich. Deswegen auch das wieder vier gewinnt heute hier in diesem Video. Ansonsten streamen wir heute ab 20.30 Uhr. Freue ich mich auf jeden, der am Start sein kann, will, wie auch immer. Wir gönnen uns das Interview von Kai Bernstein, das erste bei Hertha TV und noch die neuesten Hertha-Videos und vielleicht auch noch ein paar andere Videos. Machen wir ein bisschen Tommys Coffee Talk. Wird also ein geiler Stream. 20.30 Uhr. Ich hoffe, ihr seid alle mit am Stizzle, am Start, wie auch immer. Seid mit dabei und wir legen mal direkt los. Ja, Berliner Kurier bringt wieder ein bisschen Fahrt auf bei dem Gerücht um Lukas Ullrich. Derzeit ist er mit den Profis im Trainingslager in Kienbaum und wusste durchaus zu überzeugen im ersten Testspiel. Ich weiß, kann man nicht so richtig als Maßstab nehmen, aber gilt halt auch wieder mal als eins der größten Linksverteidigertalente Deutschlands. Ist 18 Jahre jung und hat letztes Jahr in der A-Jugend bzw. U19 von Hertha in 19 Spielen fünf Tore erzielt und dabei noch zwei Vorlagen. Und man hat auch in diesen kurzen 45 Minuten gegen den Neu-Fünftligisten Tuzma Kabi gesehen, dass er eben einen wahnsinnig guten Offensivdrang hat. Und ich hoffe, dass er nicht das dritte Riesentalent nach Jamil Najjar und auch Luca Netz wird, was den Weg nach Gladbach sucht und findet. Ja, Berliner Kurier hat jetzt nochmal, der ja auch schon ein bisschen älter ist, den Instagram-Post hervorgehoben von Lukas Ullrich, wo er unter dem Mannschaftsfoto sagt, Zitat, Jetzt heißt es nach vorne gucken. Ich freue mich auf meine neue Zukunft und die nächsten Schritte in meiner Karriere. Kann man natürlich auch so interpretieren, dass er das meint, dass er jetzt zum Profi wird. Aber ja, man kann es auch, wenn man ganz ehrlich ohne Hertha-Brille guckt, so interpretieren, dass da wohl der nächste Wechsel uns ins Haus steht von einem Supertalent. Wundert mich eigentlich, dass Kade nicht in Gladbach gelandet ist. Warum haben wir den nicht auch nach Gladbach einfach abgegeben? Ja, also es ist wirklich langsam schade. Vielleicht sollten wir mal ein paar andere Leute nach Gladbach abgeben, aber nicht unsere ganzen Talente. Ich hoffe, dass es nicht passiert, aber es sieht derzeit alles danach aus. Ja, dann kann ich nur nochmal werben. Werdet alle Mitglieder. Hier, Mitgliederversammlung, kriegt auch so ein schönes Bändchen, wenn das nächste Mal hingeht. Laut BZ hat jetzt Union die neue Mitgliederzahlen veröffentlicht. Und dementsprechend haben die Unioner 42.491 Mitglieder. Wir haben rund 41.200, also sind rund 1.000 dahinter, 1.200. Also bitte alle Mitgliedschaft beantragen, nicht jetzt noch sogar austreten. Das Battle müssen wir auf jeden Fall wieder für uns entscheiden, wenn wir es schon auf dem Platz nicht hinkriegen. Wobei auch da habe ich natürlich Hoffnung, dass wir das erste Spiel an der alten Försterei in der Bundesligasaison 2022, 2023 für uns entscheiden können. Aber bitte, wenn ihr überlegt habt, dann ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt auf jeden Fall mit diesem Neuanfang, mit dem neuen Trainer, mit dem neuen Präsidenten oder dem fast grunderneuerten Präsidium mal in den Klub einzutreten. Ja, dann Babu war wieder im Gespräch bei Hertha, wobei ich sage, ist für mich eine absolute Ente. Bild hat er ja schon vor zwei Wochen getitelt, dass Hertha wohl mal an ihm interessiert war, dass er allerdings viel zu teuer sei. Er hat nur noch Vertrag bis 2023 und Hertha sei schon lange aus dem Poker raus. Man wollte nicht mehr als fünf Millionen bezahlen. Der Rechtsverteidiger vom VfL Wolfsburg und Schweizer Nationalspieler ist natürlich ein super Rechtsverteidiger, aber jetzt haben wir John Joe Kenny, wir haben auch einen Päcker und einen Eitschberger noch als Backup. Also warum dieses Gerücht jetzt wieder auftaucht, ist auch einfach nur, weil Wolfsburg wohl wirklich nicht mehr mit ihm plant. Er ist gestrichen bei den Wölfen, einer von ein paar Profis, unter anderem auch Gia Wugi, Felix Metscher und so weiter, die Niko Kovac wohl schon gestrichen hat für die neue Saison. Dementsprechend wieder bei uns im Gespräch. Zuletzt gab es große Gerüchte, dass Fulham ihn verpflichten will. Der Aufsteiger in die englische Premier League wäre auch bereit, mehr als den Marktwert laut Transfermarkt.de zu bezahlen. Also über 10 Millionen. Deswegen mit Gehalt und Gesamtpaket wird definitiv nicht bei uns landen. Bin ich mir sicher, auch wenn ich da keine Insight-Infos oder so habe, aber bin ich mir absolut sicher, dass der nicht bei uns landen wird. Macht auch von der Kaderplanung überhaupt keinen Sinn. Deswegen keine Ahnung, warum dieses Gerücht wieder aufgetreten ist. Ja, dann Enes Benatira, zuletzt beim BAK in der vierten Liga zusammen mit Nada Jundawi. War zumindest ein halbes Jahr da, hat 10 Spiele gemacht, 10 Pflichtspiele auf allen möglichen Positionen. ZOM, linker Flügel, rechter Flügel, Stürmer, hängende Spitze. Hat in 10 Spielen zwei Tore, zwei Vorlagen erzielt. Aber wird jetzt wohl nochmal in eine Profiliga wechseln. Und zwar ist er zum Probetraining beim österreichischen Bundesligisten Alltag, wo ja Miroslav Klose der neue Trainer ist. Und es sieht wohl wirklich danach aus, dass der 33-Jährige ablösefrei verpflichtet wird. Also BAK verliert jetzt wirklich einige Spieler, gerade für die Offensive. Gut, Benatira war ja eh erstmal nur geplant bis zum Sommer. Aber auch Nada war ja ein absoluter Leistungsträger. Mal gucken, wie sich BAK dann in der neuen Saison aufstellt und auch schlägt. Für Benatira würde ich mich natürlich freuen. Den Urherr Tana, wenn der jetzt nochmal ein Engagement zumindest in der ersten österreichischen Bundesliga hat und da zusammen mit Klose eine erfolgreiche Zeit bestreiten kann. Wünschen wir ihm auf jeden Fall viel Erfolg. Er hat noch einen Marktwert von 100.000. Ablöse wird nicht fällig. Mal gucken, ob da in naher Zukunft Vollzug gemeldet wird. So, und jetzt kommen wir zu unseren vier Empfehlungen oder meinen vier Empfehlungen, wo ich gerne mal eure Meinung zu wissen würde. Wie gesagt, ich fange an mit, was relativ realistisch auch finanzieller Natur ist und gehe dann höher und es wird immer unwahrscheinlicher wahrscheinlich. Unwahrscheinlicher wahrscheinlich. Ihr könnt ja einfach mal eure Meinung dazu sagen. Das sind keine offiziellen Gerüchte. Ich weiß, Fußball ist kein FIFA-Manager, aber es macht mir einfach Spaß. Gerade wenn ich nicht schlafen kann, suche ich mir ein paar Spieler raus. Und ich habe für mich jetzt persönlich, noch haben wir ja auch noch nicht so viele Abgänge zu verzeichnen. Also solange wir keine Abgänge haben, müssen wir eigentlich gar keine Spieler verpflichten, weil wir sind auf jeder Position fast besetzt, außer vielleicht im Sturm. Aber selbst da hätten wir Davy Selke, wenn wir ihn nicht loswerden, noch als erfahreneren Stürmer. Das heißt für mich, die Suche eingeschränkt jetzt zumindest in der Folge viel gewinnt, auf einen Stürmer, einen Neuner, also einen Neuner als Stürmer und nochmal ein paar Flügelspieler. Deswegen würde ich gerne mit einem beginnen, den eigentlich jeder aus der Bundesliga noch kennen sollte oder zumindest aus der zweiten Bundesliga, da ist er sehr bekannt. Und zwar ist die Rede von Khaled Narey, der mich eigentlich früher beim HSV nie so wirklich überzeugt hat. Aber gerade in der letzten Saison wusste er durchaus zu überzeugen. Er ist 27 Jahre alt, rechts außen, rechtes Mittelfeld und auch rechter Verteidiger kann er spielen, auch wenn wir da jetzt nicht mehr wirklich Bedarf haben, ist noch bei Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga unter Vertrag bis 2023 und würde sicherlich auch gerne mal Bundesliga spielen. Und letzte Saison hat er da echt eine gute Bewerbung für abgegeben. Auch wenn Düsseldorf am Ende nie um den Aufstieg richtig mitgespielt hat, hat er in 30 Spielen acht Tore und 15 Vorlagen zu verzeichnen. Also das ist ja fast schon Kirele, möchte ich sagen. Wundert mich, dass da bisher so wenig Gerüchte aufgekommen sind. Aber ein paar gibt es doch, die ich gesehen habe. Ein paar Blätter berichten, zum Beispiel Hoffenheim habe wohl Interesse. Ein paar Blätter berichten, auch der SFC Köln sei an ihm dran. Köln spielt ja sowieso, also mit Modest in der Mitte. Jetzt haben sie noch Tickets verpflichtet, sehr, sehr viel über außen. Das ist ja der typische Baumgart-Fußball, über die starken Außen zu kommen, dann eine schöne Flanke in die Mitte und Kopfballtor. Also würde er da auch hinpassen. Düsseldorf ist auch nicht weit weg, braucht er nicht mal umziehen. Hoffenheim, weiß ich jetzt nicht, ob die da den größten Bedarf haben. Das sind die zwei Bundesliga-Gerüchte. Für den HSV hat er auch immerhin in 84 Spielen damals elf Tore und neun Vorlagen gemacht, hat auch mal bei Gräuter Fürth gespielt. 70 Spiele, acht Tore, sieben Vorlage. Insgesamt hat er 184 Zweitligaspiele, 28 Tore, 32 Vorlagen. Ist jetzt nicht die Mega-Bilanz. Aber wie gesagt, manche machen ja auch erst in der Mitte der Karriere nochmal einen Mega-Karriere-Schritt nach vorne. Und den hat er wohl letztes Jahr gemacht. Könnte natürlich auch eine Eintagswege sein. Natürlich ist Zweite Liga auch nicht Erste Liga. Aber ich bin ja ein Freund davon, Zweitligaspieler zu verpflichten, die da überperformt haben, weil die relativ günstig sind. Deutsche Sprache ist ja trotzdem deutscher Fußball im Endeffekt. Ja, ähnliche Art und Weise von Fußball, auch wenn die Zweite Liga deutlich körperlicher ist. Aber dann haben ja Flügelspieler meistens eher in der Zweiten Liga Probleme als in der Ersten. Dann nachgängig ist das jetzt auch verallgemeinert mal wieder. Aber oft ist es ja so, dass technisch starke Spieler es in der Zweiten Liga gar nicht mal so einfach haben, weil da eben sehr, sehr viel über den Kampf geht. Er hat einen Marktwert von 2 Millionen. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn man jetzt hier schon nicht Radonjic als Schnäppchen verpflichten möchte, der wäre auf jeden Fall ein Schnäppchen. Ich glaube nicht, dass man da mehr als eine Million oder 1,5 Millionen für den zahlen muss, gerade weil er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Und er wäre sicher bei fast keinem Bundesligisten abgeneigt, wenn er da ein bisschen Chance auf Spielzeit hat. Aber wie gesagt, solange bei uns Luke Bakio rumrennt mit Dilroson, dann haben wir noch Lee, Nsona, Richter. Also wir haben ja viele Flügelspieler, bloß für alle haben wir eigentlich keine Verwendung. Wir wollen Spieler verkaufen. Daran hapert es wahrscheinlich wieder diesen ganzen Transfersommer. Deswegen kommen auch keine Gerüchte mehr auf, weil wir erst mal Leute loswerden müssen. Nicht mal Alderete, der ja eine fantastische Saison gespielt hat, sind wir bisher los. Piontek auch weiterhin nicht los. Selbst der könnte ja wieder bei uns spielen. Wer weiß, wenn wir den nicht loswerden. Also müssen wir mal schauen. Aber das wäre auf jeden Fall eine günstige Alternative. Könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr von ihm haltet. Sollte eigentlich allen Begriff sein. Also jeder, der schon mal ein bisschen Zweite Liga geguckt hat, sollte eigentlich ein Array auf dem Schirm haben. Gerade wenn ihr den letzte Saison gesehen habt, dann seht ihr auch, dass der wirklich nochmal, wirklich nicht nur von den Statistiken, sondern auch vom spielerischen her einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat in seiner Entwicklung. Ja, dann ein Name, der ist vielleicht nicht so populär, aber hat wirklich geisteskrank performt. Letztes Jahr in der englischen Zweiten Liga und für mich die englische Zweite Liga wirklich schon mit einem sehr, sehr hohen Niveau. Man hat alleine gesehen, was Fulham für Spieler hatte. Ja, eigentlich unglaublich. Guckt euch mal die Marktwerte an. Gut, es ist englische Liga. Da weiß man ja, kriegst du sowieso erstmal ein Upgrade. Aber Zweite englische Liga, wirklich mit fantastischen Fußballern bestürkt, wie auch ein deutschsprachiger, nämlich ein Österreicher, Andreas Weimann. Den sollte man kennen, wenn man mal, ja, wenn man österreichische Nationalmannschaften ein bisschen guckt, dann hat man den wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Rechts außen ist er, kann aber auch offensives Mittelfeld, kann links außen, kann Mittelstürmer. Ist schon 30, also wir würden es keinen Jungspieler verpflichten, aber einen, der es auf jeden Fall in sich hat. Er spielt bei Bristol, hat noch bis 2024 Vertrag, aber wie gesagt, nur Zweite englische Liga, Championship, hat einen Marktwert von zweieinhalb Millionen, wäre also, ja, also wäre sicherlich auch ähnlich, vielleicht für zwei Millionen zu haben wie ein Radonjic. Er hat auch Erstliga-Erfahrung, auch wenn er jetzt schon lange in der zweiten englischen Liga spielt, hat er Erstliga-Erfahrung, hat nämlich genug Premier League-Spiele gemacht, immer in 113, 17 Tore und 10 Vorlagen in der Championship hat er aber deutlich mehr Spiele gemacht, 261 Spiele, 58 Tore, 32 Vorlagen, hatte einmal eine längere Verletzung, aber ist auch so ein Typ, der wirklich jedes Spiel dann macht, wenn er fit ist. Letztes Jahr unfassbar, 45 Spiele, 22 Tore, 10 Vorlagen, trotzdem hat es nicht für den Aufstieg gereicht, das zeigt auch mal wieder, ja, wie stark eigentlich die Championship ist, also was ist das für eine krasse Statistik für einen hauptsächlichen Flügelstürmer, 32 Scorer-Punkte in 45 Spielen, spielte, bevor er für Bristol gespielt hat, unter anderem für Aston Willer, mit denen hat er auch die meisten Premier League-Spieler absolviert, spielt schon für die Wolves, also Wolverhampton, für Watford, Derby County, österreichischer Nationalspieler ist er auch, wie gesagt, 19 Spiele hat er gemacht, ein Tor, Österreichs U17 bis U21, alles durchlaufen, 40 Spiele, 17 Tore, ist jetzt nicht der trickreicheste, aber hat einen guten Abschluss und ist vor allem sehr oft in Abschlusssituationen, also der steht oft genau richtig, das, was ich ja oft bei Stürmern bemängelte, das sind so ein bisschen diese Antizipation, dieses Gefühl fehlt, wo muss ich stehen, damit ich eben zu einer guten Torchance komme, das hat er, hat auch einen strammen Abschluss, ist jetzt nicht der übelste Schönspieler, aber das brauchen wir auch nicht und ich glaube irgendwie, könnt ihr euch ja mal ein paar Videos von dem angucken, das ist so ein Typ, der würde auch gut zu uns passen, ja, so ein Arbeiter, der trotzdem diesen Offensivdrang hat, der trotzdem auch schnell ist, ich weiß, er ist nicht mehr der Jüngste, aber er ist ja auch nicht so teuer, klar wird er bei Bristol deutlich mehr verdienen als in der zweiten Bundesliga bei uns, das ist völlig klar, klar ist er nicht mehr der absolute Zukunftstransfer, aber da haben wir ja einen Zona, da haben wir ja Lee und auch noch andere Spieler, also den finde ich auf jeden Fall sehr interessant, weil er günstig wäre und wirklich wahnsinnige Statistiken nachzuweisen hat, auch generell und auch schon Erstliga-Erfahrung hat, für mich der besten Liga der Welt, der Premier League, also finde ich auf jeden Fall einen interessanten Mann, vielleicht kennen ihn ja einige von euch, könnt ihr ja gerne mal eure Meinung reinschreiben, ja, dann noch ein Spieler aus der zweiten englischen Liga und zwar Tom Lawrence, auch er Flügelspieler, links außen, auch er nicht mehr der allerjüngste, aber am besten Fußballeralter, er ist 28 Jahre alt, 1,75 groß, sein Vertrag läuft aus, weiß man noch nicht so richtig, wird der jetzt verlängert, wo wechselt der hin, also wäre sogar ablösefrei zu haben, hat einen Marktwert von 5 Millionen Euro, war zuletzt bei Derby County und hat da letztes Jahr in der Championship 38 Spiele, 11 Tore, 5 Vorlagen, er hat keine Erstliga-Erfahrung, ja, also bisher nur, was ja für mich trotzdem eine gute Liga ist, sagt ihr jetzt wahrscheinlich, ja, aber Zweitligaspieler helfen uns nicht weiter, die heben uns nicht aufs nächste Level, was ich ja selber immer sage, aber für mich ist es schon ein Unterschied, ob ich jemanden aus der zweiten französischen oder aus der zweiten englischen Liga hole, wenn ich es mal so ehrlich sagen darf, und er hat auch immerhin in der Championship 264 Spiele, 50 Tore, 40 Vorlagen, was ja auch trotzdem tolle Scorer-Werte sind, hat auch, auch wenn Wales jetzt nicht die Übermacht ist, aber für Wales immerhin 23 Länderspiele gemacht und drei Tore dabei erzielt, ihn fände ich einfach nur interessant, weil du halt, weil er mit Vornamen Tom heißt, kleiner Scherz, nee, aber weil er einfach, ja, weil er einfach, ähm, eigentlich kein Risiko ist, ja, natürlich will er jetzt wahrscheinlich nochmal einen Vertrag unterschreiben, wo er ein bisschen Kohle macht, wo er ein bisschen mehr verdient, ja, wenn er jetzt gerade ablösefrei ist, wahrscheinlich müsste man auch ein bisschen Handgeld zahlen, aber ey, ganz ehrlich, wenn man 4 Millionen für den Maulida ausgibt, klar, der auch noch deutlich jünger ist, aber wie viel Risiko hast du dann bei einem Tom Lawrence, der komplett ablösefrei ist, also würde ich mal gerne in den Raum werfen, natürlich fände ich Andreas Weimar noch ein bisschen interessanter, aber da muss er halt Ablöse zahlen und das auch nicht, äh, die Sicherheit, dass er in der Bundesliga funktioniert. Ich weiß, ich suche jetzt gerade sehr viel in den englischen Ligen, ähm, aber ich finde einfach die zweite englische Liga interessant, deswegen habe ich mich damit mal ein bisschen mehr beschäftigt, hat er ja auch schon mal Jett Wallace ins Gespräch gebracht, ähm, aber ihn persönlich habe ich live noch nicht spielen sehen, ja, das ist jetzt, den habe ich über Statistiken entdeckt, obwohl doch, für Wates habe ich den, glaube ich, schon mal spielen sehen, aber das war auch nur einmal und, ähm, ja, habe mir ein paar Highlight-Videos angeguckt, ich weiß, das ist keine Scouting-Arbeit, aber man kann ja mal gucken, bei ablösefreien Spielern ist doch immer mal interessant, weil ich die meisten Leute zustimmen würden, dass er uns weiterhelfen würde, Michi Baciuai, Belgier, 28 Jahre, jung, äh, 1,85 groß, in der Bundesliga auch gut bekannt, immer noch 10 Millionen Mark wert und steht bei Chelsea noch bis 2023 unter Vertrag, ja, da würdest du einen Mittelstürmer holen, der uns mit Sicherheit aufs nächste Level heben würde, die Frage ist, was will er bei Hertha BSC, die Frage ist, wie wollen wir ihn bezahlen, Ablösesumme, ja gut, also viel günstiger kriegst du einen Stürmer von seinem Format nicht, ne, er hat noch ein Jahr Vertrag, vielleicht könnte man die Ablöse auf 7 bis 8 Millionen drücken, wenn man Piontek teuer verkauft kriegt, macht es vielleicht sogar Sinn, Bundesliga-Erfahrung hat er auch, aber Gehalt wird der Knackpunkt sein, er soll wohl bei Chelsea rund 4 Millionen Euro verdienen, ihn jetzt zu überzeugen, zu Hertha zu kommen, wo er nicht international spielt und noch auf Geld verzichten soll, könnte schwer werden, es sei denn, er war ein großer Fan von der Bundesliga, das könnte natürlich sein, zuletzt war er im Beşiktaj Istanbul ausgeliehen, deswegen haben ihn mir auch ein paar geschickt und ich hatte mit meinem, einem meiner besten Freund des Herzens darüber gesprochen, er war auch, also unfassbar begeistert von ihm, hat in 33 Spielen 14 Tore, 5 Vorlagen für die Istanbuler gemacht, insgesamt für Chelsea hat er gespielt, 77 Mal, 25 Tore, 6 Vorlagen, bei seiner kurzen halbjährigen Laie damals zum BVB hat er auch super eingeschlagen, gerade am Anfang, ich glaube, da hat er gleich in seinem ersten Spiel 3 Tore gemacht, wenn ich mich richtig entsinne, in der Bundesliga, 14 Spiele, 9 Tore, eine Vorlage, hat auch mal für Crystal Palace gespielt, 33 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen, hat mal für Olympique Marseille gespielt, auch da eine tolle Statistik, 78 Spiele, 33 Tore, 10 Vorlagen, ja, sein Stammverein in der belgischen Liga war Standard Lüttich, 120 Spiele, 44 Tore, 13 Vorlagen und auch in der belgischen Nationalmannschaft trifft er gut, obwohl er ja da auch Konkurrenten hat, wie zum Beispiel Romelu Lukaku, ja, der jetzt übrigens wieder zu Inter zurückgeht, per Laie, bei Belgien hat er 45 Spiele gemacht, 25 Tore, also es zeigt schon, egal ob international, egal ob in der englischen, französischen, in der Bundesliga, in der türkischen Liga, das jetzt für mich gehört nicht zu den Top-Ligen, aber er trifft überall gut, ja, er trifft überall gut und wäre mit Sicherheit einer, der uns weiterhilft und wenn ich mir so denke, ey, wir haben zwar keine 4 Millionen bezahlt, aber wir haben locker 2 oder 2,5 Millionen für Belfodil für ein Jahr bezahlt, dann kann man vielleicht für einen Bacuhaj auch 3 ausgeben, gerade unter der Prämisse, wenn man sagt, man kriegt Piontek wirklich verkauft, ja, dann sparst du, selbst wenn du, rein theoretisch, was ich nicht machen würde, dann wäre er Topverdiener, aber selbst wenn du 4 Millionen bezahlen würdest, hast du 1,5 Millionen Gehalt weniger, hast einen Spieler, der vielleicht auch mal sich mehr Bälle selber holt, weil er auch sehr über Tempo kommt, nicht wie ein Piontek, der da auf die Fütterung von Bällen warten muss, zahlst 1,5 Millionen weniger Gehalt, selbst wenn ihm das gleiche Gehalt gibst wie bei Chelsea, was er vielleicht sowieso nirgendswo mehr kriegen würde, weiß ich nicht und hast noch einen Transferplus erzielt, weil man wahrscheinlich 10 Millionen zahlen würde und für Piontek will man ja mehr als 10 Millionen bekommen, also mega unwahrscheinlich, dass es passiert, dass er vor allem Bock hat auf Hertha, aber ich wollte ihn einfach mal mit ins Spiel bringen, weil so viele von euch mir das geschrieben haben, weil Sergen mir immer gesagt hat, wie geil der ist und weil ich ihn auch selber als geilen Spieler kennengelernt habe, deswegen würde mich mal interessieren, was ihr von den Spielern haltet, wie gesagt, es ist hier so ein bisschen, als ob wir zusammen auf der Talk-Couch, äh, auf der Talk-Couch, man merkt, ich habe nur 3 Stunden geschlafen, auf der Couch-Talken, so rum ist es richtig, und keine journalistische, ähm, Investigativ-Arbeit, dass das hier irgendwelche Gerüchte sind, aber es macht ja Spaß, darüber zu reden, gerade wenn es eben sowieso nicht so viele Transfer-News im Moment von Hertha gibt, könnt ihr ja mal eure Meinung zu den 4 Spielern reinschreiben, da warte ich gespannt drauf und, äh, ja, ansonsten sehen wir uns heute Abend auf Twitch, solltet ihr ja nicht verpassen und genießt das Wetter bis dahin, stellt euch einen Ventilator auf und stellt euch die Getränke kühl, macht's gut, Ehe der Männer und Ehe der Damen und hau her! Musik, Musik, Untertitelung des ZDF, 2020